Die Bolli-Serie auf Z1 Prinz Siddhartha und Yashodre sind endlich verheiratet. Die Braut kann jetzt das Haus ihres Mannes betreten. Doch teilt wirklich jeder mit ihnen ihr Glück? Ich finde, da Siddhartha dazu gebracht werden muss, Seppalast für immer zu verlassen. Da ist jemand, der uns Böses will. Buddha. Die Serie. Immer samstags um 13.45 Uhr in Doppelfolge auf Z1. Und da ist jemand, der uns Böses will.